Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtsloser, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee verschiebt nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen. Dann entblüßen wir die Westfront. Haben Sie noch zwei Fälle in meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrutscht. Der Führer hat jeglichen Sinn für die Realitäten verloren. Er verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Die Gruppe Steiner, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn. Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Er ist keinen Argumenten zuwänglich. Das wissen Sie so gut wie ich. Irgendwas muss getan werden. Sie verrückt. Er will uns einfach rauschmeißen, wie Rundstedt, wie Guderian. Ja, und? Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Soll der Eid uns darin hindern, selbstständig zu denken? Das sagen ausgerechnet Sie. Ein Orpotonist. Ein rücksichtsloser Karrierist. Wie bitte?